hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play part von last epoch rising flames wir sind hier wieder im ende der zeit und ich habe ein paar eindrungen gemacht ich habe jetzt wie im letzten part auch gesagt er ist vielleicht ein bisschen besser ja es ein bisschen besser wegen der melee lightning damage von minions das ist plus drei und ja dann ist das set komplett aber es bringt uns nicht so viel was nur auf skelette und bohnen golem wirkt genau so dann habe ich noch ein bisschen hier ja ein paar äxte die aber 64 level 64 sind den ring mache ich hier in die axt und genau noch dieses schwer vielleicht das noch ein bisschen nein es wird nicht besser sein aber ich habe es einfach und komplettierung mal reingetan und ja die sachen brauchen wir die drei ja und noch ein paar idole ausgewässerte feuerresistenz reingenommen und hier cold resistance genau hier war jetzt das nächste level cold zombies hat mit der elementalen nova in cold da müssen wir hin genau machen wir das level kurz das finde ich so cool aber die gegner die eis zombies sind ein bisschen nervig wegen dem verlangsamen wir müssen ja nicht so nah am gegner sein wir brauchen eben nicht dort zu wirbeln noch wo die gegner sind sondern auch ein bisschen weiter auseinander so machen wir noch den chat okay das ist diese taste ich suchte nämlich die taste zum hot ausmachen haben wir gewonnen gut ja der led das hat bei mir überlegt mit stream beenden die aufnahme ist nicht beendet worden ist daneben das ist bei mir die endklasse so also jetzt noch ein bisschen wenig von den schwerten nicht so schnell aber wir haben ja zwei schwerter mehr bekommen letztes mal durch einen skill oder fähigkeits ich sag mal in diesem fenster hier äh in diesem fenster hier äh irgendwas was nicht steht einfach dass die skillung vom charakter oder nicht die ja schon die fähigkeiten wissen ich halte man ja manchmal ein bisschen frei aber jetzt langsam können wir eben den wirbelwind noch schneller machen dass wir schneller uns bewegen können das ist am anfang gar nicht nötig weil man ja so wie sie eigentlich nur daneben wirbelt und reißen eigentlich nicht aber ich bin jetzt auch ja ich bin schon schneller also schneller aber nicht unbedingt viel schneller mit dem reißen so wir können uns eben auch ein bisschen schneller beeilen ich finde es so cool wenn man so also ich mach mal den hot aus äh egal wir gehen hier nicht machen Screenshot irgendwo wo es schön ist machen wir mal Screenshot ausmählen in der Town Link ja zum Beispiel hier oben vielleicht direkt in der Pütze ja cool da oben ist trotzdem noch ein Ding also so haben wir ein Action Bild da sehen natürlich die Leute die das Video noch nicht kennen ähm wie ja was ich gerade mache oder so vielleicht muss ich nicht so viel werden ich will aber die Schwerter schon draußen haben die gehen halt relativ schnell wieder weg äh was ist die Dauer 1,2,10 die Dauer 20 Sekunden ist doch recht viel aber ja man braucht danach wieder Zeit um sie zu beschwören er ist es eher ein Bild der noch ein bisschen Ausdauer braucht aber weil die Schwerter so schnell killen ist es wieder ausgeglichen es ist nicht ein Bild der langweilig ist hoffentlich für euch oder so ihr müsst euch ein bisschen gewöhnen an ein Bild weil die KI der Minions jetzt auch nicht immer sehr gut ist eher schlecht aber ihr kennt das laut wahrscheinlich schon dass die KI in Action Run spielen und ja Deck und Slay ist eher doch ähm ein bisschen schlecht programmiert ist dann zu wenig Aufmerksamkeit bekommt von einem Ticket aber gut der Bild macht sehr viel Spass zum selber spielen also ja wenn ihr das Spiel auch habt oder es kaufen wollt spielt man das Bild auch allein gibt es natürlich auch gerne immer mir Zuschauer also immer nicht ich zwinge euch nicht dazu aber ist natürlich schon ziemlich geil der Bild also mir macht er eine mega Freude ich habe am Anfang auch ein bisschen negativ gedacht der Bild ist ja genau mein Typ ähm möchte ich lange genug so machen und dann plötzlich war er mega süchtig und ich bin eben noch süchtig ich habe jetzt gerade sehr viele Äxte aber die gehen wieder weg wenn bis der Boss kommt die Chancen sind ein bisschen gering von den Äxten aber sie sind halt doppelt so doppelt stark so stark oder puh kann ich jetzt nicht so sagen also wir müssen den Armour noch ein bisschen defensiver machen auf jeden Fall vielleicht auch noch die anderen Körperteile ähm drei Schalten bei ihm was geht damit er natürlich die Rüstungen überall bekommt und Körperteile so war puff hm brauchen wir ja nicht vielleicht momentan auch wegen ecreaser Dinge doch genügend man ja dann können wir uns noch ein bisschen schneller machen so und hier haben wir ja gesagt hier rüber und dann hier volles gehen ja dann haben wir oben rechts noch ein bisschen zu machen und oben links auch relativ genau schön schön ja und dem schreibt in die Kommentare wenn euch irgendwas auffällt oder euch auch nicht so viel Spass macht was sich noch besser machen könnte und so ähm ja Dankeschön für die ja guten Zuschauer für so ein Projekt und ähm ich mache gerne immer mehr als andere Livestreamer und Let's Player dass er nur zusagt was ich machen soll wünscht euch etwas und habt Freude an mir wenn er etwas nervt ist also dann könnte ich es auch sagen kann ich es hoffentlich ein bisschen reinigen gell meine Stimme kann ich jetzt auch nicht so anpassen also ich hab halt einfach eine höhere und eine rauere Stimme ähm jo ich kann schon ein bisschen äh sprechen und auch ein bisschen deutsch sprechen ein bisschen altdeutsch hehehe der Dialekt kann man ein bisschen bayerisch reden ein bisschen schwäbisch ja ja momentan sind eigentlich relativ wenig aus meiner Region am Schauen ich hatte seit 2018 recht viele Schweizer und Österreicher vor allem ich hatte mehr österreichische Zuschauer das war echt toll die mögen irgendwie andere Dialekte sehr freut mich extrem und jo so Tiroler und so konnte ich nicht so gut verstehen aber ich hab gerne mit ihnen rumgehängt und Spiele gespielt jo und mittlerweile sind es eigentlich mehrheitlich Deutsche Niederländer auch Spanier und Brasilianer also vielleicht einfach von dort Deutsche und ähm Japaner mir schauen relativ viele Japaner zu was man alles sieht in den Analytics gell ist manchmal schon cool äh ich schaue aber nicht so drauf oder so ich meine es sagt nicht so viel aus Ertimmelnd ist eigentlich gut für uns ja Covid-Resistenz brauchen wir dann später ja nicht unbedingt für diesen Bild oder für ein Fernkampfbild aber so die Avalon-Sprobe schon sehr sehr stark ich muss mal ein bisschen Forge Strike mehr einsetzen wenn ich mehr Ding habe dann laufen wir wieder zurück jo und ey mir gefällt das Spiel auch so sehr oder mir geht es einfach gut wenn ich einfach Folgen aufnehme in den Livestreams bin ich manchmal schon ein bisschen müde um viel reden nach 2-3 Stunden aber es macht mir auch Spass ich rede halt auch gerne wenn ihr mal Pausen dazwischen wollt dann müsste ich es auch sagen oder ich habe da unterbrochen hehehe aber das dürft ihr genau so einstellen wie ihr es wollt vor allem wenn ihr mehr Videos von mir schaut und Fans halt von mir macht es ruhig schreibt mir ein bisschen Kommentare und jo genau Videobeschreibung manchmal lesen ich habe schon manchmal auch viele Dinge neu stehen in einem Video also immer wieder mal kurz in die Videobeschreibung schauen und jo genau nehmt euch ein bisschen Zeit für mich für meine Videos Timerod und Timerod Helferstor und Timerod ist auch nicht so ne so ne Sache man muss sich wirklich drauf spezialieren damit es stark ist und es gibt halt nicht so viele Void Night Builds, die dich da drauf geben. Jo, mir ist übrigens immer eine goldene Truhe, die hole ich immer gerne. Wenn die irgendwie ein bisschen besser droppt, habe ich so das Gefühl. Wow, schnell. Schnell die... Okay, der wird touch. Der wird. Jo, sehr guten Drop. Dankeschön. So, Minion Health brauchen wir noch nicht, aber ich habe gemerkt, so ab Level 75 und guten Ding haben die Schwerte dann relativ wenig leben dann plötzlich. Zum Anfang nicht. Es geht ungefähr lang, bis ein Gegner uns da schön killt und so. Also die Schwerte killt, die animierten Schwerte. Aber jo. Es geht völlig klar. Ich habe schon das Gefühl, dass ich doch mit der anderen Achse ein bisschen mehr Schaden gemacht habe. Aber wenn es viele sind, dann machen die mehr Schaden. also... Ja, das ist ein bisschen... Ne, sie haben glaube ich auch nicht so viel... Nein, es ist glaube ich mit dem Stab... Sauberstab ein bisschen besser. Ich habe es jetzt mit dem Köln. Ich lasse mir den Sauberstab. Ja, jetzt kommt eben Diablo 4 raus. Also ich glaube, die ersten können schon spielen. Und ich werde es beobachten, ich brauche diese Vorbestellerbonis und so Sachen. Und sie ist ein Bonus vielleicht auch gar nicht. Also ich kann schon ein bisschen Geld sparen. Ich würde mir gerne ein bisschen spenden und kann ich dort auch alles ausgeben. Aber das Spiel ist mir schon zu teuer beim Kaufen, oder? Das ist halt einfach typisch so ein grosses Entwicklerstudio, das halt so viel Geld braucht. Diese armen Leute haben nicht genügend Lamborghinis. Kann man halt verstehen, kann man halt auch nicht wie ich. Aber... Typisch, oder? Also ich mag halt irgendwie Entwickler viel mehr. Zum Beispiel der von Last Epoch. 11 Hours. So, dann gehen wir mal da zum... Oh, da habe ich schon 4. Ja gut. Da können wir Respecken oder einfach nicht später. Ne, immer auch. So Respecken am Anfang und auch so gegen Ende nützt überhaupt nichts von einem Level von diesem Skill. Da macht lieber irgendwie, jo, einfach dann irgendwie später raus oder so, wenn ihr dann mehr Erfahrung bekommt für einen Skill. Trinkt einfach nicht viel. Ja, schon 9 ungefähr. Wenn wir sie immer schauen, dass sie einfach frühzeitig, bevor ein grosser Gegner kommt, geblieben schafft. Alles andere ist natürlich... Ja, ihr seid defensiv, ihr bekommt nicht immer viel Schaden über, weil ihr nicht im Vordergrund seid. Das ist so ein typischer Anfänger-Beat, aber doch ein bisschen schwer zu skillen und ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, jo, macht es einfach, wenn ihr im Spiel so denkt, ihr kommt jetzt gar nicht weiter. Dann macht ihr noch diesen Bild und ihr kommt ja. Weiß nicht. Weiß nicht. Na, auf jeden Fall. Prison Damage, ja, Prison Resistence-Krankung. So, weil ich bin immer noch ein bisschen am nicht verplappern, also vielleicht irgendwann die Krankheit. Ich habe einfach zu niedrigen Blutdruck. Also ich müsste jetzt eigentlich Sport machen oder so, aber es ist viel zu heiß und ich habe nicht so viel Zeit nachher noch. Ich kann jetzt nicht einfach Sport machen und dann dafür euch viel weniger Folgen bringen. Jetzt ist momentan einfach meine Zeit, wo ich gerne einfach meine Videos mache, weil gerade die Mittagssonne sehr stark ist. Also es ist ungefähr ein... ne, es ist 14.14 Uhr schon. So, seht ihr, die Zeit, es geht wie im Flug, wenn man Let's Player ist. Es ist so zeitintensiv immer. Einfach auch das Vorbereiten, schauen, ob das Sound noch alles richtig ist. Dann einfach auch die Vorbereitung im Spiel. Also es ist wahnsinnig zeitintensiv und das wissen die meisten Zuschauer nicht. Jo, denn wenn die Programme auch alle besser wären oder ich auch mehr Geld hätte, könnte ich noch viel bessere Videos natürlich machen. Ähm, für manche, also ich mag es halt einfach auch ein bisschen original. Ich will die Videos nicht gut verarbeiten, ich will die Qualität nicht so weiter runtersetzen, dass man nur noch unscharf sieht und so. Das machen viele Let's Player und Live Screamer. Die Qualität so weiter runterschreiben, das bringt gar nichts denen. Jo, dann bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Eigentlich fast gar nicht. Ich lasse es einfach so ein bisschen an den YouTube-Servern, solange ich da irgendwie nicht so viel Geld habe. Aber das kann man machen, oder ist es? Ich habe ja, äh, Ding, ähm, das Film Nora gewesen, habe ich lange benutzt, aber es ist nicht mein Geschick. Also, Adobe Premiere habe ich, glaube ich verwende, genau. Ich glaube, ich weiß nicht mal den Namen. Mich interessiert das so wenig, dass ich die Namen sofort wieder vergesse. Es ist halt einfach, Jo, Videos sollten nicht überall, so wie in einem Film oder im Fernseher sein. Es macht keinen Spass, auch die vielen Schnitte. Sie machen keinen Spass und die meisten denken so, ja, es macht trotzdem Spass, aber es macht ihnen auch gar keinen Spass. Ich lüge nur, weil Schnitte halt einfach so diese Verwöhnung ist. Man wird so von den Videos dann verwöhnt, weil alles so schnell und hastig geht. Es tut den Menschen überhaupt nicht gut, so ein voll verschnittenes Video zu sehen. Die meisten sind halt wegen diesen Handy und Social Media Sachen so verwöhnt von Schnitten, dass es ihnen nicht gut geht. Es geht ihnen einfach nicht gut. Dann sind sie am Nörgeln und ja, ihr kennt es wahrscheinlich, oder? Weil es ihnen schlecht geht, müssen andere auch mitleiden. Und ich bin überhaupt nicht so. Ich tue nicht irgendwie jemanden runter machen oder so, nur weil es mir schlecht geht. Mir geht es schlecht. Ja, kann ich sagen. Ich habe schwere Krankheiten. Aber das stärkt mich. Ich mache dafür weniger denn anderen leid. Ich mache eigentlich gar nicht jemandem etwas leid. Ich kann aber zurückteilen. Und das ist wichtig. Ihr dürft nicht perfekt und gut zu anderen sein. Ihr müsst halt auch manchmal sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Oder ja, dann bist du aber selber schuld, wenn ich dich auch ein bisschen zurück angreife. Das ist es, oder? Ihr müsst irgendwie so ein bisschen den Weg finden. Wie geht es euch gut? Wie geht es den anderen, die ihr gut kennt? Und nicht irgendwie... Es muss nicht perfekt sein. Es muss einfach interessant sein, wenn ihr alles perfekt macht. Das Leben ist auch nicht gerade toll. Wenn ihr jetzt wirklich mega nett seid zu ihren Kollegen oder Familienmitgliedern und so. Es ist auch nicht so toll. Ihr müsst manchmal halt einfach auch ein bisschen etwas weniger machen. Also ja, soll für euch doch auch angenehm sein, das Leben. Genauso wie für die anderen. Und das schafft der Mensch einfach nicht. Und hökelt zu viel herum. Er redet zu viel über irgendwelche Dinge, die ihn eigentlich gar nicht angehen müssen. Einfach negativ. Oder, oh, das ist wieder passiert. Und, oh, das ist schlimm. Und so. Der Mensch muss wieder lernen, einfach das Leben zu genießen. Ich hoffe, es geht euch gut. Dann schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich ja helfen, eure Probleme zu lösen. Vielleicht könnt ihr meine Probleme lösen. Ich habe aber sehr wenig. Nur, dass ich zu wenig Zuschauer habe. Und ja, zu wenig einfach ausspielen kann. Aber ja, kann ja bald einfach Fußballern dann viel Erfolg haben, weil ich schon echt anwende. Und dann, das muss ich nicht. Meine Güte. Ich verskill mich gerade sehr. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Weisst du, der Beet ist ja sowieso OP. Komm, wir spielen noch ein bisschen mit dem Verskillen herum. Ja, Trago ist am Verskillen. Ja, macht ihm nichts. Er macht es gern. Ich will es aber nicht. Lol, ich habe einfach... Diesen Node hat früher mehr gespielt. Tut mir leid. Aber der Node ist wirklich OP am Anfang. Also Akt 1 und 2 ist er noch mega OP. Weil ihr habt ja wahrscheinlich dann schon genug Mana Reduction oder so geskillt. Manchmal eine Effizienz und so. Das ist wirklich toll. Aber wir sind halt kein Kämpfer. Wir greifen nicht so an mit dem Warpuff. Und deshalb sollte man das natürlich nicht skinnen. Ich habe es trotzdem gemacht, um es euch zu sagen. Wie ich wieder mich unskinne. Wow. GG. Jo. Oh, das ist auch einer, der selten kommt. Den habe ich ja noch nicht so gekannt. Der ist nur hier. Ich glaube, der taucht nie mehr auf. Außer den Monolithen natürlich irgendwann mal. Wo ich ihn noch nicht getroffen habe. Schau mal in den Kommentaren, welchen Gegner ihr am besten findet. Also nicht von Schwierigkeitsgrad. Doch, schon von Schwierigkeitsgrad. Ich könnte ja was trennen. Wen findet ihr am stärksten? Welchen Gegner ist jetzt ohne Bosse mal? Welchen findet ihr sehr stressig? Und schreibt mal danach das gleiche mit Posten, wenn ihr Lust habt. Ein bisschen mehr Interaktivität hätte ich gerne von euch. Okay. Mir macht das überhaupt nicht aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, andere wollen es halt nicht. Und deshalb bin ich sogar. Also wenn ihr irgendwas in den Kommentaren schreibt. Zum Beispiel Erster. Oder was überhaupt nicht mit dem Video zu tun hat. Und so sei es mir nicht so wichtig. Oder Kommentare sind dazu gemacht, um Kommentare zu schreiben. Egal was. Das sind ja Kommentare. Und nicht irgendwelche videobezogene Intelligenz-Sachen. Oder Wissen und Fragen. Und so. Ihr dürft alles schreiben. Außer natürlich die Sachen, die YouTube nicht wählt. Und ich werde euch auch nicht gerade, ja, das Kommentar löschen lassen. Oder ähm, melden tue ich ja sowieso nicht. Haha. Tut schon gerne melden. Macht man ja nur. Wenn man wirklich auch sieht, es ist ein Bot. Oder es ist einfach einer der mega Aufmerksamkeit will. Werbung machen will oder so. Dann. Ich mache das nicht. So. Ja. Ihr seht manchmal bei den Minecraft-Videos einfach so diese Werbung über andere Server oder so. Ach, mir Schnupke. Also wenn ihr eher anspringt auf diesen Server geht und so. seid ihr eigentlich selber schuld, dass dann noch mehr kommen. Also Werbung ist eigentlich immer so. Nutzt ihr die Werbung. Schaltet ihr das auf, was steht oder so. Machen sie nur weiter. Sie machen das immer mehr, weil sie merken ja, das bringt etwas ein. Das bringt ihnen Geld ein oder Leute ein. Tut Werbung ignorieren. Komplett ignorieren. Das ist das Beste, was sie machen können. Oder eben auch sofort löschen. Ja. Aber ich bin halt jetzt nicht unbedingt einer, der immer alles löschen muss direkt. Ich glaube, die haben mit der Werbung trotzdem keinen Erfolg. Weil sie vielleicht auch nicht ihr worst talentiertes machen oder etwas tolles. Die die Werbung machen. Zum Beispiel in Handy-Games kommt ja auch immer Werbung. Wenn Handy-Games kommt. Nimm die schlechtesten Spiele, die ich niemals spielen würde. So was soll ich dann irgendwie auf die Werbung drücken oder die Werbung überhaupt anschauen. Ich lege immer das Handy dann weg und warte einfach so 30 Minuten oder so 10 Minuten. Äh, 30 Sekunden oder 10 Sekunden dann einfach. Äh, nicht? Ja. 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 Ihr könnt das Leben auch kompliziert und nervig machen. Muss es aber nicht. Deswegen werden wir einfach das meiste eigentlich ignoriert, was halt kommt. Ich denke, irgendwann mal, wenn es alle machen, werden sie auch keine Werbung mehr machen müssen. Aber sie müssen momentan, weil die Menschen halt schon recht, ja, werbesüchtig sind, obwohl sie es nicht sein wollen. Machen sie halt weiter. Sie verdienen ja Geld damit. Also irgendwie muss man halt die Dinge, die Nerven im Leben halt auch ein bisschen so nutzen, dass sie keinen Profit schlagen oder, ja. Heutzutage sagt fast jeder, der so in dem Job oder so, ja, so wissenschaftlich denkt immer so, Werbung ist nötig. Es war ja früher auch nie nötig. Da gingst du in den nächsten Tante-Emma-Laden und hast dort Brot gekauft. Du musstest nicht irgendwie, ja, Werbung schauen und dann das Brot extra in diesem Shop 20 Kilometer weit weg kaufen. Nein. Du hast das Bestmöglichste einfach gehabt. Und heutzutage hast du das nicht mehr, musst alles online kaufen. Weisst nicht, wie gross zum Beispiel Kleider sind und so. Deshalb, ja, ist das natürlich auch ein bisschen negativ für euch. Und ihr habt einfach auch die Möglichkeit, das zu ignorieren und, ja, Werbung muss rechtlich sein. Aber es machen so viele Let's Player und Livestreamer auch. Ich hab schon sehr schnell an ihm die Schnauze geholfen. Oh bitte, ein Like, oh bitte, ich hab zu wenig Likes. Das können sie, oder? Das können sie. Das ist auch Werbung, oder? Meine Güte, diese Aufmerksamkeitsspanne da. Jetzt Player und Suche im Livestreamer ist echt schlau. Oder? Wir müssen die ganze Zeit diese Aufmerksamkeitsspanne so hoch treiben, dass es Extrems ging. Aber ja, das Video ist fertig. Bitte noch ein Like und ein Abo da lassen. Ja, wie viel Mal soll ich einen abonnieren? Soll ich ihn wieder abonnieren? Wie denn abonnieren dafür? Oder was soll ich? Also, wenn es mich interessiert, dann abonniere ich einen Kanal. Und wenn er nervt, lass doch ein Abo da, dann abonnieren ich ihn wieder. Fertig. Okay, aber bei mir müsste es nicht machen. Ich weiß ja nicht. Ich hab's jetzt nur als Beispiel gemacht. Genau. Ja, ich brauche, ich muss ja über tausende Hohenenden haben. Ich kann sonst nicht, bleibst du immer unterwegs? Dann kann ich auch keine Liveberichte euch sagen. Oh, tut es doch mehr. Und fertig, dieses Getrolle. Nein, eben. Für mich ist alles... Also, ich will euch nicht zu etwas zwingen. Das ist für mich nicht. Das habe ich jetzt nur als Beispiel gesagt. Weil es einfach bei anderen so ist. Ich sage nie, ja, lasst doch ein Like da. Für mich hieß früher, wo es Dislikes noch gab, immer. Okay, dann mach ich mal dann Dislikes. Ist immer noch ein bisschen geblieben. Weil manche einfach schlechten Content bringen. Oder die Spieler halt auch falsch spielen. Also extra auf, oh, ich bin so fasziniert von dieser Story. Oder, oh, der Bosskampf war wieder einsame Spitze. Ich finde, ein Let's Player sollte, vor allem auch ein Live-Steamer sollte genau das, was er gerade denkt, sagen. Also, jo, der Bosskampf war vielleicht schwierig. Oder der Bosskampf war sehr abwechslungsreich oder so. So Sachen. Aber nicht sagen, oh, der Bosskampf war einsame Spitze. Das ist ein super Boss gewesen. Und dann ist er noch viel, viel besser. Wie kann etwas, was einsame Spitze ist oder perfekt ist, noch besser sein? Es ist alles einfach fest gelogen. Oder? Ich muss ein Spiel nicht runter machen. Das muss ich nicht. Ich muss einfach vor allem auch die negativen Dinge sagen. Weil sie hat auch mehr Aufwand. Aber insgesamt habe ich trotzdem immer mega Spaß an den Spielen. Sie sind meistens gar nicht schlecht. Oder? Und ich sage genug Gutes. Also Last Epoch ist wirklich ein Spiel, da kann ich fast nur Gutes sagen. Ist aber auch schwer auch zu formulieren. Also, ich finde die Gegner einsame Spitze. Sie können aber wegen dem Reflekt und den starken Angriff auch manchmal recht böse sein. Ist aber auch gut, oder? Ihr wollt ja ein bisschen kämpfen. Ich weiß nicht, wieso Hack and Slays auch immer so mega schwer sein müssen. Also, im Endgame oder so. Das kann ja auch mal ein bisschen, jo, zufällig. Oder ja, wie jetzt gerade einfach manche Gegner jetzt sehr schwer sein. Es würde trotzdem viel Spass machen. Und wenn ihr euch besser equipt, dann seid ihr selber schuld, dass man es extrem schwer hat. Oder viel zu leicht. Oder? Also, ihr habt eigentlich immer das in euren Händen, wie schwer ein Spiel ist. Also, ihr müsst nicht immer perfekt spielen. Ihr müsst nicht immer, ja, genau das machen, was die Entwickler auch wollen. Und dann habt ihr auch ein schweres Spiel. Aber das Nörgeln um den Schwierigkeitsgrad und so ist echt schlimm. Ich bin jetzt auch die ganze Zeit unterfordert. Ihr seht's ja. Aber es ist für mich nicht schlimm. Meine Güte, ein Spiel muss nicht immer durch die Story durch schon extrem schwer sein. Freaty und so. Nichts Gutes. Freaty ist einfach, dass der Gegner weniger Schaden macht. Ein bisschen an Schadens-Debuff. Für den Gegner. Und, jo. Ich muss es jetzt zum Beispiel nicht haben, weil die Gegner sowieso schon zu wenig Schaden macht. Wenn du Freaty immer hast, dann wird das Spiel auch ein bisschen zu schnell, zu leicht. Weil ihr einfach den Schaden nicht so bekommt. Also, Freaty ist für mich auch ein bisschen hohe Pinot. Jo. Und, hat die Resistenzen. In den Spielen wird immer zu viel auf die Resistenzen geachtet. Man hat zum Beispiel in Pass-Effects halt immer zu wenig Resistenzen meistens. Wenn man nicht Items selber kauft. In anderen Spielen. Und in Last Epoch hat man meistens zu viel Resistenzen. Obwohl man eigentlich fast nicht auf Resistenzen geht. Aber im Endgame dann schon doch zu wenig. Das ist so, ja. Noch nicht so genau ausgeglichen überhaupt. Ich finde, Spiele sollten nicht perfekt balanciert sein, aber ausgeglichen. Es ist genauso wie in Diablo 2. In Diablo 2 hast du auch im ersten Akt einfach so deine Items schon. Das bekommst du gut über. Und im zweiten Akt und so hast du manchmal... Ja, du... Du hast es einfach dann leichter. Weil die Akte nicht mehr so schnell zum Schwierigkeitsplatz steigen. Aber das ist immer so... Akt 1 ist immer so eine kleine Einstellsache. Und die anderen Akte sind eher so... Ja, ich muss Resistenzen stacken oder so Sachen. Ja, Diablo 2 ist halt auch nicht perfekt. Aber immerhin auch ziemlich gut. Weil man es damals auch noch nicht so brauchte. Was man jetzt zum Beispiel in Last Epoch braucht. Und das ist das Gute, ja. Das ist eigentlich... Ja, genau das, was der Entwickler von Last Epoch besser machen kann. Und er macht es auch besser. Ich finde, die Entwickler machen es schon gut. Nur zu langsam. Und halt... Manche Bugs und so werden viel zu langsam gefixt. Das muss noch besser werden. So, jetzt haben wir das. Gut, jetzt macht er Wirbelschwindschläge. Der Armor, wo er nicht da ist. Da ist immer halt ein bisschen tot. Und jetzt müssen wir unbedingt schauen, dass die Armor mehr zählt. Die wird immer wieder sterben und... Ich bin jetzt nicht einer, der immer wieder recast. Rauch's nicht. Noch nicht. Also wenn ich jetzt den... T-Hund, also Corruption 100... End of the Dragon, glaub ich heisst es, Monolith wäre oder so. Wo es echt schwer ist, würde ich die Armor immer am Leben wieder beschwören. Aber ich spiele gerne während der Kampagne, weil es so leicht ist, oder? Eben, ich bin ja total unerfordert gerade. Der Beat ist viel zu stark. Eben ist noch nicht so schnell, er wird später noch schneller killen. Aber... Ja, es ist... Es macht einfach auch Spass, wenig Effizienz zu spielen. Ja, es ist... Es ist so eine Sache, oder? Minions sind in den meisten Games nicht ganz gut fonciert. Es ist eher ein Spass, weil sie zu OP sind, als... Nö, dann wären sie zu wenig okay. Wenn man sie immer wieder beschwören müsste, dann wäre es natürlich scheiße. Richtig schön, Kaka. Gut, also wir haben das Lager erreicht. 33 Minuten, okay? Ich bedanke mich fürs Zusehen und... Ja, ich nehme noch ein Part auf, weil es so viel Spass macht. Ich habe jetzt eigentlich schon fast drei oder vier Parts, aber gut. Ich möchte einfach vorwärts kommen. Also nicht wundern, wenn mehr Parts kommt, ihr könnt die Parts immer später schauen, gell? Ihr müsst nicht gezwungenermaßen gleich in der ersten Minute schauen, wo es abgeloadet wurde. Genießt euer Leben, genießt es auch, mir zu zuschauen. Nehmt euch ein bisschen Zeit vielleicht. Ein Video ein bisschen länger schauen. Ich mache auch immer wieder ein bisschen Scherze und... Ja, interessante Themen. Und wenn das Gameplay halt nicht so intelligent, also spannend ist, dann schaue ich, dass ich auch mehr oder so etwas Tolles rede. Gut, dann... Dankeschön. Bis vielleicht deinem nächsten Mal. Und einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss!